So, endlich sind wir hier bei dieser Lore. Jetzt geht's hoffentlich endlich raus hier aus diesem kleinen Orca-Puff. So, auf Eingabetaste schwingt man mit dem Schwert, so dass man Kurven fahren kann, je nachdem welche Kreuzung. Ich hoffe, ich wähle immer die richtige. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, welche die richtige war und so. Also, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich richtig bin. Ja, ist okay. Also, wenn ich jetzt so fahre, dann lande ich doch bestimmt gleich wieder da, wo ich angefangen habe. Ey, ja, lande ich. Supi. Aber toll. Will ich aber nicht. Ich will hier raus. Also, bitte wieder losfahren. Also, einsteigen. Der Love Train ist unterwegs. Aber vielleicht auch der Wayne Train. So. Hey. Ah, hier bin ich noch nicht raus. Ah ja, es gibt so fetten Diamanten. Cool. Und den übelsten Drang. Wasser der Energie erhalten. Okay. Das ist ja cool. Wasser der Energie. Was macht das denn? Gleich mal. Wasser der Energie. Halt sämtliche Verletzungen und Vergiftungen. Schützt vorübergehend vor Schaden. Zum Benutzen Eingabetaste drücken. Ja, nö. Braucht man ja erstmal nicht. Aber ist cool, dass wir sowas haben. Öffnen wir halt hier gleich mal noch die Truhe. Hoppala. Hoppala. Ich glaube, gleich muss ich es benutzen, dieses Ding. Oh wei. Jetzt verkacke ich aber ganz schön. Hey, ich hab's geschafft. Ähm, ja, dann benutzen wir das halt auch mal gleich. Wenn wir es schon einmal haben. Boah, jetzt haben wir noch extra Bläschen Leben oder was. Das ist ja cool. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Hä? Wenn mich nicht alles täuscht, dann können wir jetzt bestimmt wieder... Yeah. Die wollen es einfach nicht gehen lassen. Die wollen, dass wir hierbleiben. Okay. Aller guten Dinge sind drei. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Ja, hoffen wir, dass wir jetzt hier... Mal beim Richtigen landen. Nö. Jetzt lande ich doch wieder da hinten. Das ist doch uncool. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier endlich raus. Das seh ich nicht ein. Nein, nein. So stand das nicht in meinem Script. Dafür werde ich nicht bezahlt. Oh, wer hätte das gedacht, dass wir hier wieder rauskommen. Ah, das gibt es nicht eher. Also. Das wird wohl gerade das härteste Level überhaupt. Weil ich es einfach mal nicht gebacken kriege, hier rauszufahren. Oh, jetzt. Jetzt könnte es vielleicht klappen. Yay, wir haben es gepackt. Und oh, oh. Wo landen wir denn da? Ei, ei, ei. Au. Oh. Das hat wehgetan. Ei, ei, ei. Wo sind wir denn hier gelandet? Erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und auch gleich mal speichern. Wer weiß, was uns hier erwartet. Na gut, laufen wir mal hier lang. Was für widerliche, schleimige Kreaturen leben hier. Ey, wo bin ich hier gelandet, um Himmels Willen? Gibt es hier Diamanten, Steine, Geld, irgendwas? Gibt es nichts. Ah, da vorne gibt es einen Diamant. Oh, oh. Ich ahne Böses. Ich glaube, zu wissen, wo wir gelandet sind. Hey, hey. Schaut mal da. Da gibt es aber was Feines. Hallo, was ist das? Ein Ring? Ja, sehr fein. Wir haben es gepackt. Yay. Nach, keine Ahnung, wie viel Versuchen in dieser kleinen Achterbahn. Aber wir haben es geschafft. Oh, es fehlen uns 10 Münzen. Das ist aber ärgerlich. Und Mutpunkte fehlen uns. Ui, da fehlen uns aber viel. Drohnen haben alle gepackt. Quests haben wir auch alle geschafft. Naja, alles klar. Dann haben wir dieses Level so mit abgedreht. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn das nächste Level wird genauso interessant. Alles klar?